Hallo, ich bin Katharina, ich bin 17 Jahre alt und mache gerade mit Kulturwerke Deutschland ein Auslandsjahr in Kanada, genauer gesagt in Bernadine, in der Nähe von Vancouver, also direkt daneben. Heute ist der Winter bei meiner Schule. Wie ihr seht, ich habe meine Haare schon gemacht und ich bin auch schon geschminkt, obwohl es gerade erst der Anfang des Schultages ist, weil ich bin in Student Government, also der Schülervertretung und wir werden keine Zeit haben, nochmal nach Hause zu gehen nach der Schule, sondern wir gehen während der Schulzeit schon hin, bauen alles auf und deswegen muss unser Make-up und sowas schon gemacht sein. Wir haben irgendwie nur eine Stunde oder so, oder wen, eine halbe Stunde, um unsere Klamotten zu wechseln und dies, das. Deswegen komme ich jetzt schon mit Full Face Make-up in die Schule, zur ersten Stunde. Ich bin auch gerade ein bisschen spät dran, also ich laufe gerade dahin. Mal sehen, ne? Aber es ist wenigstens ein sehr schöner Tag, also. Okay, also ich habe jetzt meine Haare so halb hoch gemacht und halb runden und habe das auch immer ein bisschen aufgefrischt und ich habe jetzt gerade Lunch mit meiner Freundin Maury. Ja. Und wir sind wieder in diesem Klassenraum. Lie und ich sind jetzt auf dem Weg nach Hilton, also in dieses Hotel. I look like my brother. Und da werden wir alles aufbauen für, ja, das ist Mensch. I look like my brother. You don't look like your brother. What are you saying? Hey guys, we just arrived at Hilton. Yeah, we just arrived and we don't know where to enter, so. That's great. We're gonna try to go inside first. Das ist jetzt einfach von alleine verschlossen, das ist richtig krass, also man muss es gar nicht schließen. Okay, cool. Wait, okay, okay, she's already doing it. What? Oh my god. Oh, BZs. Hey guys. Hey. 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 Yeah, you make the sky so blue, no nothing's complicated with you. Hey, playing songs on the video, sing along to the birds that we don't know how, brings out the numbers, let's just run away. Okay, wir machen jetzt so ein Foto zusammen. Und ich bin so excited, freut mich. Ja, ich bin ein Crocek Runner. Oh mein Gott, wie süß. Auf jeden Fall fängt gleich die Arbeit an, aber weil ich auch in der Elfenklasse bin, darf ich auch tanzen an sich, aber ich muss auch arbeiten hier. Aber ja, wir sind fertig. So, also wir sind jetzt fast fertig. Ich sehe da schon eine Schlange. Ja, und ich arbeite genau hier. Ja. 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 Da. Ja. 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 Musik Also wir räumen jetzt gerade alles auf und das ist ein bisschen versorgen. Oh mein Gott, sie ist so süß. Die Party geht noch, aber die endet halt einfach schuld. Weil es halt morgen wieder schwer ist und die Luftballons werden gerade so gestört. Oh mein Gott, ich bin gerade so müde und so anstrengend gerade, aber es ist auch irgendwie lustig. Naja, alle stressen sich hier gerade richtig. Ich trinke Kaffee, damit ich ein bisschen wacher werde. Wenn nämlich seit 5.30 Uhr wach. Mein Gott, sie hat gerade gesagt, das war der beste Winterformel bei, den sie mit der Schlafvertretung organisiert hat seit sieben Jahren. Ich bin jetzt zu Hause angekommen. Ich habe jetzt auch schon meinen Schlafanzug angezogen. Ich muss mich noch abschminken. Ja und das war es jetzt auch mit meinem Vlog über Winterformel, also den Winterball. Ich hoffe es hat euch gefallen. Vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Tschüss. 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 We're 66 and we keep on driving.